Das System des Sieben Chakras ist eine energetisch-psychospirituelle Landkarte, mit der wir die Wildnis unseres Lebens, unseres Selbst erkunden und navigieren können. Das System des Sieben Chakras, so wie es im Westen sehr bekannt und sehr populär ist, hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts vor allem durch westliche Autorinnen und Autoren herausgebildet. Es hat seine Hauptwurzeln im Chakrasystem des indischen Kundalini-Yoga, wo aber traditionellerweise mit sechs Chakras gearbeitet wird und das Sinti-Chakra am Scheitel, an der Krone, als Energiepunkt gesehen wird, also nicht als gleichwertiges Chakra mit den anderen sechs Chakras. Hier sehen wir auch schon, dass diese Systeme fluide sind, also dass es mal sein kann, dass gewisse Energiezentren eben nicht als Hauptchakras angesehen werden, sondern als wichtige Energiepunkte, aber eben nicht als Hauptchakras. So können wir auch in den tibetischen Systemen Systeme mit fünf Chakras, mit vier Chakras, manchmal mit drei Chakras, manchmal nur mit dem Herzchakra finden und genauso in den indischen Systemen können wir Systeme finden mit zwölf Chakras, siebzehn Chakras, achtzehn Chakras. Es gibt nicht das Chakrasystem, das richtig ist und alle anderen sind falsch. Es sind alles so wie Landkarten, mit denen wir in die Wildnis unseres Wesens aufbrechen können und als solche stellen sie niemals die Wildnis dar und sie sind niemals in sich das Wissen oder die Weisheit, nach der wir suchen, sondern sie sind, egal welches Chakrasystem, immer Systeme, die uns in eine Weisheit führen können, die jenseits des Systems liegt. Auch in den taoistischen Qigong-Systemen finden wir fast identische Systeme des Feinstofflichen. Hier werden die Energiezentren nicht Chakras, sondern zum Beispiel Tantiens genannt. Und in einer Vielzahl anderer Traditionen auf diesem Planeten, nicht nur in Asien, finden wir Konzepte des Feinstofflichen und Konzepte davon, wie wir diese für unsere Gesundheit, für unsere spirituelle Entwicklung einsetzen können. Zum Beispiel auch in den Traditionen der europäischen Alchemie. Im sieben Chakrasystem, mit dem wir hier arbeiten, gibt es sieben Energiezentren, die mit spezifischen emotionalen, psychospirituellen Qualitäten assoziiert werden und genauso auch mit spezifischen Körperregionen, anatomisch und auch mit ganz spezifischen Körperfunktionen in Zusammenhang gebracht werden. Ganz wesentlich finde ich, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es hier aber nicht um eine Auftrennung der Ganzheit, die wir sind, in sieben Einzelteile geht, sondern dass es mehr so ist, dass wir die Ganzheit, die wir sind, aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Oder wir könnten auch sagen, dass wir die Ganzheit, die wir sind, durch unterschiedliche Portale betreten. Die sieben Chakras sind natürlich auch immer miteinander in Fluss. Arbeiten wir an einem Chakra, bewegt sich das ganze System und genauso kann es gut sein, dass wenn wir an einem Chakra spezifisch arbeiten, dass sich an einem anderen Chakra, in einer anderen Körperregion plötzlich etwas meldet, etwas belebt wird, etwas aufwacht. Ich würde auch sagen, dass es ein holographisches System ist in gewisser Weise. Was ich damit meine, ist, dass jedes Chakra auch alle anderen Chakras, die Qualitäten aller anderen Chakras enthält. Dass wir da ein bisschen wie bei einem Fraktal wieder so hineinzoomen können. Wir können also die Qualitäten des Kronenchakra im Kronenchakra finden, aber wir können sie auch im Kehlchakra finden. Wieder mit einer gewissen anderen Konnotation. Wir können sie im Herzen finden, wir können sie im Wurzelchakra finden. Oftmals wird das Sieben-Chakra-System als lineare Progression angesehen, wie eine Art Leiter, die wir emporsteigen. Und ich möchte dazu nur anmerken, dass das eine sehr westlich geprägte, wissenschaftlich, materialistisch auf Achievement, auf Erreichen von Zielen ausgerichtete Sichtweise ist. Ich möchte in keinster Weise sagen, dass sich Ziele setzen und dann Schritt für Schritt an diese Ziele heranarbeiten, dass da irgendwas verkehrt dran wäre. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir als psychospirituelle Einheit gleich durchaus anders funktionieren. Wir können das Sieben-Chakra-System durchaus als ein System konzentrischer Kreise ansehen. Das Herz-Chakra, das Zentrum, das für sich alleine steht und wir werden gleich in der ersten Woche das noch genauer betrachten. Und die konzentrischen Kreise der Chakra-Paare, die sowohl energetisch als auch anatomisch miteinander verbunden sind. Und das ist auch nur eine weitere Leseart dieser Landkarte. Und es gibt noch viele andere und ich lade euch herzlich ein, sie für euch herauszufinden. Eine Landkarte kann ganz wesentlich sein, wenn wir uns in unbekanntes Territorium vorwagen. Wir können gewisse Aspekte des Territoriums erkennen, aber letztendlich wird der Berg auf der Landkarte niemals der Berg sein, dem wir begegnen im Territorium. Und wenn wir eine Wasserfläche irgendwo sehen, dann wissen wir nicht, wie tief sie ist oder ob es vielleicht eine heiße Quelle, ein Thermalwasser ist. Was ich damit sagen will ist, die Landkarte ist nicht das Territorium. Das Studium der Landkarte, des Systems ist ganz wesentlich und gleichzeitig geht es letztendlich darum, die Landkarte beiseite zu legen und einfach ins Territorium zu gehen. Das war ein Auszug aus dem Intro-Video zum Chakra Flow Vocal Toning Online-Kurs. In diesem siebenteiligen Online-Kurs erhältst du zu jedem Chakra ganz wesentliche spezifische Informationen. Du erhältst für jedes Chakra ausführliche Übungsvideos mit Körper-, Atem- und Vocal Toning-Übungen, um das jeweilige Chakra zu öffnen, in Fluss zu bringen, zu harmonisieren. Und du erhältst für jedes einzelne Chakra eine spezifische geführte Vocal Toning-Meditation. Wenn du neugierig geworden bist, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. In der Beschreibung findest du den Link und ich freue mich sehr, sehr, dich im Chakra Flow Vocal Toning Online-Kurs zu begrüßen.